hallo ihr lieben und da sind wir bei einem neuen game auf meinem kanal oh mein gott wird der fersche verarscht also den anfang haben wir schon mal hingekriegt wir starten lächerlich in ein koop gefecht mit dem kellerbeutel und der elia hallo beide in der nassau und ich in einem fischertucker lange ist es her ich glaube ich hier sitzt über 30 tage wie fährt man vorwärts weh weh nicht s also ich gebe euch gerne rückendeckung ich werde von hinten aufholen ja 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 what the warship ist nicht ganz abgeschrieben ihr dieben lieben denn nur gerade nervlich zurzeit nicht gerade in tischkanten beißen ja hat man zuteil keine lust in tischkanten zu beißen deswegen kommt arsch viele folgen bei mir ist ein bisschen hart und für den 10 nicht gut für den 10? den 10! alle einmal mit profis ja ich würde sagen wir gehen zu a ja ja wir gehen zu a guckt euch mein fischertucker an ich werde auch die zwettlana ist vor mir fischnetz dingster bumster ins wasser ja ja mit der mit dem sushi ding das habe ich echt brauchen guck mal ich habe mir färbung draufgepackt ja ich bin angemalt ich bin zu langsam für sowas es ist gerade sehr sehr merkwürdig für mich dieses spiel hier zu spielen gerade euerotrack simulat ausgemacht habe das war eine schwerheit es ist sehr merkwürdig ein sehr komisches gefühl gerade jetzt in einem schiffchen zu sitzen in einem langsamen schlachtschiff gerade erst bin ich 150 ob der autobahn vernetert was ist kumpel? Beutelchen fährt da hinten internet kommt später bei ihm definitiv positiv so wollte ich dann versuchen mal so ein bisschen in der gruppe zu bleiben mal gucken ob wir es immer noch können alter wir haben krassen kürzeugträger dabei und ich in so ein sushi tucker ja gefällt mir er braucht aufklärung eltern kommt bei ran wieso fährt hier keiner die idee naja komm wir haben ein paar kreuzer die machen das schon genau spottelt mal ach wir haben flugzeugträger nach sowas habe ich doch gerade erwähnt sorry habe geschlafen und das dem höre ich dir nie gerne zu ok also lebt damit oh ich sehe da was habe ich gesehen die hat sich da fett eingenebbelt ne konger kann sich nicht einnebeln ja ich weiß von kuh gut ich sehe nix erreichen tue ich es auch nicht also reicht ähm wohin fährt denn bitte unser alles klar die oma ja die oma fährt irgendwie glaube ich jetzt in den obstlarm ja ich treffe nach so alter der sound ist vom wir machen wir nicht an der schuss dann dementsprechend auch bombe ja 800 ist immerhin das ist immerhin was was denn das klebt bisschen zu laut ist nein ich quietsche nur ich quietsche nur so eine schande alter krass kriegt man ja fett beschuss ich hab total vergessen ich hab vergessen mal die mummeln umzustellen aber okay ach die 20 minuten kann ich ja auch noch umschippern wohnen ich hab so ein fähnchen drauf gegen ihr wisst schon brand und so ich lass mal brennen ich hab ich zwei und mach ich auch acht rohdad es gibt lecher ja 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 ich krieg fett ins fressbrett ich muss bald teedrücken kacke noch eins boah ich hab getroffen boah warte mal ich hab da noch ein ohr mit sensation hab ich da keine ohr hab ich da keine ohr klar die anscheinend nicht ne was ich bin hier gänzlich überfordert ich mach voll den alter zwei brände und du bist unser clan schiff in elshan lieber dich ja du musst ja kein sagen dass ich so lange noch nicht mehr gefahren bin und jetzt mich im korb rumtreibe und es liegt muss keiner wissen ich bin kein japaner mehr beutchen dich knutsch dich unser kammer die machen das schon wo ist das beutelchen boah 7900 ich weiß auch nicht er kommt so so direkt auf uns zu oh guck mal das können wir doch ja er kommt so ziemlich auf uns zu alter die oma die tropen hat die 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 ich bin schon wieder ich weiß nicht ob ich reinfahren sollte heute ich hier wollte ich jetzt wieder auf krawallkos er hat den killer vorne dran grüße von der nasa in der hoffen wir treffen ich versuche mal beutelchen ein bisschen zu unterstützen und den runter zu schießen kann aber ein bisschen dauern alle mal hier ein träumchen scheiße das war zu er kommt 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 schulade ich hier ein du sagst du sehr deine seite du musst bist ein ich hab das beutelchen aufgenommen wie es in die luft gelangen ist guck mal da sinkt sie da sinkt das beutelchen ist so ja ich kann ja ich komme ja schon er hat griebig beobachtet ich habe es gehört ich trinke einen schluck kaffee dafür ist immer zeit weil das ist gut ja die macht das schon er kommt diese schießen wir runter los ich habe jetzt kommt der torpedos ich komme so langsam vor die oma ist immer noch dabei und torpediert vorne ist die naso süß die treffe ich nicht mehr ich glaube der träger kommt wieder zu mir liebes liebe für den flieger bitteschön ich dachte liebe für beutelchen alter ich höre den schon anfliegen nein los turbo hier 150 was aber die autobahn let's go das war gerade ein bisschen doof glaube ich nein 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 ich kämpfe baby ich kämpfe baby ich kämpfe baby ich werde den träger holen oh ja ich werde ihn gespeich verlassen Gott doch ich triefe ich wieder er schießt echt mit seinem arsch ja kalli ja da würde ich ich wäre schon du bist keine nicht fürstin du bist eine nicht fürstin so warte mal er damit zu wer was der träger ja komm jetzt alter mach ich ein bomb schaden komm hin warte mal ist das dinge gleich gekämpft ist das gleich gekämpft na die träger und kinder roger und haben wir kämpfereiholt dank der fürstin ja schön wir haben's so ich sag jetzt mal den Flugzeugkrieger hallo keiner kennst du so gut wie ich ist du kalli jo ich kann auch sagen eine muh eine meh eine tat nein ey ich beschieß dich alter wird er hier immer noch ja der will dich ist der blöd blöd der will dich nein ich fahr viel schneller heute ich hier nicht hoffe die gibt es gesungen gut ich komme jetzt auch nur sagen na aber ich komme jetzt auch kurz kurz vielleicht schraube ich den ja aus die nassaut treffe ich nicht die nassaut treffe ich nicht bei dem spiel kriegst seilschmerzen du denkst du hast corona ey lass mal ich röss bei mich auch die schon die ganze zeit ja endlich ich darf nicht so rum quitschen ey kann ich auch schneller machen da da nenne ich doch einen schuss na siehste jedoch pack mal ein so ich denke jetzt wollte ich den die nassaut ich habe ihn einfach so gestorben die namen nicht alle ihre killerbeugel das war wirklich ein killer ich komme ja nicht mehr an die er blieb denn na ich komme da auch nicht hin ich fahre einfach gemütlich hinterher die reihen kommt mir auch noch entgegen so wie bei battleship und folge ich der kalli oder fahr ich noch zurückdrehen diese elegante fürstliche drehung hätte ich bisschen mehr draus springen können ich glaube ich krieg das kassen fliegt schon wieder bei mir hier kriegst du ach die google fliegen rechts links überall hin nur nicht ich gekämpft die dürften mich ja eigentlich nicht sehen ich mache slalom baby slalom wo die oma kommt und mutiert rinnt und mutieren ich gehe campen die kümmern sich eh um das teil da hinten da haben wenigstens zwei caps und der andere kommt auch nicht hinterher also eigentlich gewonnene sachen endlich am arsch hier fliegen schubi der flieger der mich rollen na warte wenn sich mein arsch hier dreht hat war es ab dann dann halt auch zu schießen wer schießt da so dass ein schiff wird da unten von was machst du vorwärts rückwärts ich würde sagen vorwärts guck mal guck mal guck mal mein hintern in der wien 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 der wiener meiner bekomme ich wenigstens paar ähm und mit ceter geknallt unser team hat die führung übernommen Oh, Freude, fast gesammert, ey. Ja, ich hab's gemerkt. Ey, ich wollte gerade campen. Was, campen? Ach so, wir hässen das nochmal. Campen, kippen, was? Ich will wissen, wo ist denn das Beutelchen? Tausend Schaden. Guck nicht auf diesen. Kann das mal weggehen? Jawohl, ihr seid so. Du kannst mich mal, ich war zu langsam. Du mit deinem Vierer, ne? Ich hab keinen Dreier, ich muss besser sein. Alles klar. Sorsch langsam. Glaub mir mal. Ich könnte ja einen Träger nehmen, aber... Oh Gott, ich hab nur mal keinen Dreier. Sorry, ey. Oh, hast du keinen Dreier? Na, dann haut doch einen Dreier rein. Ich mach ein... Das Problem, ich hab nur die Nassau. Das ist doch lächerlich. Ach nee, ich hab die Carolina noch. Ach, was will ich denn? Was hab ich denn? Was möchte ich denn? Und der Rest ist alles Vierer. Ja. Äh, äh. Bekennst du mal ja. Ach so, ich weiß nicht. Oh. Hier seh ich absurd gar nicht durch. Hm. Auch nicht. So, ähm, ganz Schneekel für das Beutelchen. Ja. Nehmen wir das. Packen wir uns ein paar Punkte rein, was wir auch noch reinpacken können. Warte mal hier, ey, komm, wir machen uns nicht klar mit dem Zeugs hier. Papa, packen wir auch noch rein. Warte mal, was haben wir denn? Ach, gut schon. Kapitän. Wird schon stimmen. Ja, und den abs lassen wir. Dating wollen wir nicht fressen. Drennen wollen wir auch nicht. So. Das packen wir bei drei. Das Beutelchen packt die Kolberg aus. So, so, Beutelchen. Die Kolberg hast du also. Mhm. Leute, wisst ihr Bescheid. Das sind die Kolberg. Wisst ihr Bescheid? Wir fahren mit der Banane. Ah. Mit dem Zweier? Ne, du kannst, äh, okay. Lassen, sonst hab ich nur hier, ähm, den Fischtucker und zwei Flugzeugträger. Und ich glaube, man, ich, dass ich jetzt mich in einen... Oh, ich bin Flugzeugträger. Bist du verweckt? Bisschen. Oh, guck mal, gute Aufteilung. Äh, Zerstörer, Kreuzer und, äh, Schlachti. Und ich vorneweg, ich bin sowas von raus. Ja, ich, ich geb Rückendeckung. Ich danke. Warte mal, du gibst Rückendeckung? Du kommst ja nicht hinterher. Ne, Beutelchen kommt nicht hinterher. Ne, die ist ein Kreuzer. Die schafft. Dann lernst du. Ich bin Kreuzer. Ey, warte. Was bin ich? Ne, Quatsch. Ich bin der Schlachti. Ah! Jetzt war ich gerade in der falschen Zeile. Stimmt, ich stand ja oben, ne? Die Besten stehen immer oben, ne? Da ist so eine Runde und dann ist man so... Auch gelegentlich mal unten, ne? Wie gerade eben. Ich bin ein Verstörer, ey. Was? Ah. Ja. Jetzt auf einmal haben wir zu viele CDs drin. Da sind doch nicht viele. Ja. Schluckhaus. Aber gerade hat man keinen. Ich, äh... Wieso bin ich hier, Beutel? Hallo. Wieso mich? Wunderschön. Ich bin 50. Wohin gehen wir? Ich bin ein Fischstäbchen. Ja, die schieße ich jetzt weg. Ach, du kannst mich. Sie will. Das ist Fisch. Er füllt Station. Genau. Und wenn ich kreisse. Ich kipp jetzt Bäh. Und wenn da was ist, fahr ich weg. Ich komme absolut nicht vorwärts. Guck mal, Beutelchen, schmeißt die Turbine an. Ja, jetzt kommt Dampf bei ihr raus. Ja, wie kläglich. Guck mal, das Beutelbeutel. Oh, Beutelchen, fettnackig. Hat noch nicht meine Tarnung drauf. Das wollte ich auch gerade sagen. Aber Hauptsache, eine deutsche Flagge hinten. Na, aber Hauptsache, so eine Flagge. Echt, ey. Später. Ich komme später. Ihr macht das schon. Komm, jetzt sitzt der, der zieht dir was an. Ja, Leute, und sonst so? Geht's euch gut? Ja, was geht's dir gut? Ja, also hier hinten ist alles sauber. Jobban, vorne. Das Schöne ist an diesem Spiel, du brauchst die Maus und hast du nicht festhalten. Ja. Stimmt. Weißt du, du sagst? Guck mal, die unterhalten sich. Ach, oder? Ich glaube, er durchforstet gerade die ganzen Knöpfe, die man hier hat. Nein, Anfänger. Alles klar. Boah. Hör vor und klär selbst. Das ist cool, ob man. Ich geh die selbst aufklären. Ich hab das Gefühl, ich hab gleich ein paar Tee's an der Parkin. Bia, jay. Heute stehen das Kali erstmal durch. What? Ich bin schon durch. Alter. Also entspann dich. Hier ist was drin, oh yeah. Hier ist was drin, oh yeah. Hier ist was drin. Ich sollte seitlich eng so eine Insel fahren, ne? Ich wurde entdeckt. Oh Gott. Ich auch. Wuhu. Baby. Du und ich. Hart. Battle. Let's go. Aufs Fressbrett. Warte. Und Torpedos. Weil ich's kann. Warte mal. Und noch ein bisschen breiter. Fahrin, schluck. Nimm alles. Hart. Du Torpedos bist nicht. Wir kaufen uns erstmal den da hinten. Baby. Du hast mich hochgetrissen. Aber ich hab einfach nur so gezielt. Wie geil ist das denn? Ich bin immer noch Profi. Ah. Ich habe nichts getroffen. Warte. Heute, ähm, rechts von... Nicht von Schuss. Warte. Warte legt sich da hinten mit der Kolberg an. Oh, Kolberg gegen Kolberg. Oh, wow. Wollte ich schon, du bist von mehreren Seiten abgeschossen. Ja, schön wenden. Nicht Nebel. Nicht Eilen. Warte mal. Bis dem Turbo und bis dem Nebel. Geht ab. Weil's Beutelstiel im Cap ist. Deswegen ist sie grad Fokus. Ich treff wieder alles. Außer die Schiffe. Banana kommt. Banana kommt. Banana. Nebel, Beutel. Fahr an den... Oder du warst nicht in den Nebel. Ich mach Nebel für mich. Helft. Nebel, Nebel. Ich bin gleich im Arsch. Ich bin unter Beschuss. Von wem? Ah. Beutelstiel ins Kolberg. Ja. Oh, cool. Ich bin krass entdeckt. Peace auf die Kolbe. Dauert ein bisschen. Also, hm. Peace. Das war schlug. Das war schlug. Ah. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Außer Team hat die Führung übernommen. Au. Nimm die Scheizen raus. Ja, nehm sie raus. Ich fahrrad aus bei Nebel. 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 Ich drehe hier schon wieder die beschissenen Kreis, den ich gerade erst gedreht habe. Das kann jetzt ein bisschen wehtun, aber wie halten das denn auf? Los. Lustige. Ja, komm. Ja, 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 komm. Ah. Gegnerischer Kreuzer ist schon nie. Unser Sieg ist in Sicht. Was ist das? Au, 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 au. Aua, Mann, ist das weh. Die Banane lebt noch. Uh. Ha. Die Banane. Toll. Und sie ist so gesund. Und Verstopfungen und so. Oh. Cholesterin. Was? Was? Keine Ahnung. Frag mich bitte nicht. Festigt den Stuhlgang, Bananen. Nein, was? Ja, ja, ähm. Ja, ja. Ich hab eine Insel. Ich hab eine Insel. Reutelchen hat auch noch halbwegs liegen. Oh, what? Warte hin. Kaputt. Er hat Fokus. Auf mich. Warte. Zieh. Warte, mich. Warte, bin ich gleich rass. Ich werde ihn torpedieren. Aber ich weiß nicht, ob das immer noch war. Ich muss mehr rass. An Beutelchen müssen wir jetzt erstmal vorbeifahren. Krieg der Schiffe, Kadi. Ich bin direkt dahinter. Ich hoffe, du triffst. Unser Sieg ist in Sicht. Top sitz raus. Und ernsthaft. Was denn? Hat mich, äh, hat gerade unser, unser Zerstörer. Ja? Torpedos in meine Richtung gepackt. Die hätten mich jetzt zerstört, wäre ich jetzt da hingefahren. Alter Pinne, ich bin der Erste. Die Banner. Die hat's voll drauf. Beutelchen ist über. Mach das weg. Mach das weg. Ich war über Beutelchen, natürlich. Oh, alter Pinne. Natürlich, was erwartest du, wenn du in so einem Coop gehst mit Stufe 3? Ja, aber man, man merkt's doch, der war, der war ja wirklich. Bei Runden Hardcore Coop und ich hab einen Container. Halt mal die Backen, ähm, da war ja zwei Schifflängen von mir entfernt. Ich soll die Backen halten, hast du nicht gesagt. Du sollst mir zuhören. Mach ich doch. Machst du nicht. Er war ein paar Schifflängen entfernt und hat einfach torpediert. Und ich habe gerade gesagt, ja, was erwartest du, wenn du in Stufe 3 im Coop fährst? Da sind die Anfänger. Warum habe ich die Key auf? Außer ich. Ich bin eine Legende. Ich meine, bei Euro Truck Simulator bin ich eine Legende. Hier bin ich Chefin und Fürst Allgemein. Ich ignoriere dies einfach mal. Ich würde sagen, es war eine hervorragende, lustige, geile, megamiesige Folge. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich war immer unter den Top 3. War auch mal die Banane. Voll. Entschuldigung. Ihr Lieben, danke fürs Zusehen und dann, ja, bis dann. Ja. Bis dann, Leute, ey, jo. Bis dann, ey, jo. Wenn ich heute nicht komme, komme ich vielleicht morgen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Morgen werde ich krank. Morgen werde ich erstmal krank. Ja. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao, ciao.